Nee! Wie sind die Kuh rausgekommen? Das gibt's ja gar nicht, oder? Hallo? Da stimmt irgendwas nicht? Hallo, hallo! Ich möchte euch heute wieder zu einer Runde Minecraft Survival begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ihr reinschaut und ich möchte heute mit euch, wie versprochen, den Zaubertisch machen. Hier sind noch die Kühe und das Kälbchen vom letzten Mal. Voll süß. Und was ich heute auch noch machen wollte, aber das habe ich jetzt bei der Vorbereitungsüberlegung vergessen. Huch, da war ein Skelett, oder? Nee! Wie sind die Kuh rausgekommen? Das gibt's ja gar nicht, oder? Hallo? Da stimmt irgendwas nicht? Die kann normal nicht raus. Hä? Das verstehe ich jetzt aber gerade nicht, muss ich sagen. Eigentlich hat die gar keine Chance rauszukommen. Dahinten stehen noch zwei Screeper und mehrere Skelette. Ah, ich bleibe jetzt einfach mal hier. Hallo? Das ist ja merkwürdig. Okay, bevor jetzt die Creeper hierher kommen, gehe ich vielleicht doch mal lieber wieder auf meinen Baum. Das war ja jetzt total seltsam. Habt ihr das irgendwie sehen können, warum die Kuh da rauskam? Ich kann es mir echt nicht erklären. Also mit normalen Regeln ging es hier gerade nicht zu, würde ich mal sagen. So wie das normalerweise standardmäßig sein müsste. Oh, ich sollte vielleicht hier auch nochmal was dazwischen setzen, weil so wie ich drauf bin, kann ich da locker runterfallen. Ich kenne mich doch. Okay, dann gehe ich mal hoch ins Baumhaus und schaue mich um nach Papier. Ich hatte, glaube ich, das letzte Mal noch Papier gemacht auch. Aber, Moment. Stimmt, für die Karte hatten wir ja Papier gemacht, die ich hier habe. Aber hier ist keins mehr. Das macht aber eigentlich gar nichts. Ich gehe jetzt mal hoch, auch aufs Dach und sähe und dünge noch ein klein wenig, weil wir wollen ja dann die Kühe im Weiteren auch vermehren. Und dafür brauchen wir ja Weizen. Bei so die Riesenmengenmassen brauchen wir natürlich auch nicht. Aber ich habe so viel Knochen jetzt gesammelt von den ganzen Skeletten, die ich in letzter Zeit erlegt habe, dass sich das auch mal lohnen soll, finde ich. Dass ich die verwende sozusagen auch, dass das nicht immer rumliegt, nur die Knochen. Da hat man ja nichts von. Also, ich habe das auch schon öfters gemacht bei Minecraft, dass ich die Sachen sammle, die ich dann da bekommen habe von den Skeletten. Aber im Endeffekt hat man dann nur einen riesen Knochenhaufen. Und als Weizen lässt sich immerhin noch was draus machen, finde ich. Also, es ist... Ihr könnt ja vielleicht, wenn ihr Lust habt, in die Kommentare schreiben, ob ihr auch immer versucht, die Knochen zu verwenden. Oder ob ihr die eher wegwerft. Oder ob ihr die nur anfangs sammelt. Und ich mache es eigentlich so, dass ich die immer, immer sammle. Also, ich habe, glaube ich, noch nie Knochen weggeworfen, tatsächlich. Allerdings habe ich sie dann später oft auch nicht mehr verwendet. Das heißt, das führt dann dazu, dass dann manchmal ein, zwei Doppelkisten voller Knochen rumstehen, die ich eigentlich nicht brauche. Und das ist natürlich ziemlich zwecklos. Also, ich finde halt ganz gut bei den Knochen, dass man da jetzt inzwischen ein bisschen mehr auch braucht, um eine Stelle auf einem Feld zum Wachsen zu kriegen. Das heißt, es lohnt sich auch so ein bisschen mehr davon zu verwenden, von dem Knochenmehl. Sonst war es immer so, du haust da irgendwie eine Handvoll drauf und schon ist irgendwie das halbe Feld nachgewachsen. Das fand ich nicht so sinnig. Also, ich meine, das hat halt dazu geführt, dass man einfach viel zu viel davon hatte. Aber so insgesamt würde ich sagen, das passt schon so, wie das läuft momentan. Es ist recht ausgewogen. Dann packe ich mir mal noch Dinge ein, von denen ich denke, ich bräuchte sie unten. Habe ich aber hier jetzt eigentlich gar nicht. Ah, die Werfer. Ja, naja. Das ist so eine Frage, wo ich diesen Technikkram dann aufbewahre. Den nehme ich vielleicht wirklich mal mit runter auch. Und den Sattel, den Apfel lasse ich mal hier. Das ist vielleicht mehr so eine Sache, die ich beim Zaubertisch in der Nähe behalten will. Und Kekse habe ich noch ein paar. Muss ich mir jetzt nicht unbedingt neue machen, denke ich. Das passt so. Bin noch gut im Futter, sowieso. In Wirklichkeit ja auch. Also, keine Bange, dass ich verhungere. Das passiert normalerweise nicht. Und dann kletter ich jetzt mal nach unten. Ah, schön. Und da wächst es aber auch schon wieder sehr schön nach. Gut, dann würde ich jetzt mal ein Buch machen. Und dann auch den Zaubertisch gemeinsam mit euch. Dann fehlen mir natürlich noch ein paar Stufen, um richtig gute Verzauberungen zu machen. Aber dafür haben wir ja jetzt auch noch nicht genug Bücher. Insofern ist das, denke ich, kein Drama. Was ich jetzt auch mal mache, ist, ich teste mal, ob die beiden Kühe schon wieder vermehrungswillig sind. Das sind sie nämlich normalerweise genau schon lange, bevor das Kälbchen erwachsen geworden ist. Das heißt, dann haben wir auch noch ein Kälbchen. Und jetzt schmeiße ich mal die Eier da rein. Und schon haben wir zwei kleine Küken, falls ihr das noch nicht wusstet. Bei Minecraft kann man Eier ganz einfach dazu verwenden, dass man Küken draus macht, indem man die wirft. Das ist zwar sehr seltsam und in Real Life nicht machbar so, aber bei Minecraft geht das kein Problem. Was ich mir jetzt überlegt hatte für die nahe Zukunft als, ja nicht Fernplan, aber doch als Plan hier auch, war, dass das hier nicht so hübsch ausschaut. Überraschung, tut es wirklich nicht. Ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen, kann ich mir vorstellen. Und deswegen hatte ich mir überlegt, ich würde vielleicht gerne hier oben drauf an der Stelle, wo es hier reingeht, das ist ja so ein bisschen neben dem Baum, auch ein kleines Hüttchen bauen. Dass ich ein Hüttchen habe, von dem aus ich dann auch direkt auf meinen Baum klettern kann und das so ein bisschen neben meiner Farm steht und dann das so einen unterirdischen Ausgang hat, dann auch in die Mine rein. Und ich habe mir jetzt hier auch schon mal eine weitere Truhe hingestellt. Da tue ich jetzt mal die etwas außergewöhnlicheren Fundstücke rein und versuche mal mein Inventar wieder zurecht zu sortieren. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt unbedingt einen Zaubertisch bauen. Ah, Moment, vorher brauche ich ja das Buch, gell, ich bin ein bisschen verplant noch momentan. Also hier Buch. Und jetzt möchte ich mal quasi zu Beginn einer Folge, hoffentlich noch früh genug in der Folge und hoffentlich auch in einer etwas kürzeren Folge nochmal das Thema ansprechen, wie seht ihr das mit der Folgenlänge? Weil es haben manche kommentiert, sie würden gerne kürzere Folgen sehen, sie fänden es besser, wenn Folgen kürzer wären. Wenn Folgen länger als 15 Minuten sind, schauen sie die teilweise gar nicht erst an, obwohl sie gerne Sachen gucken würden. Und deswegen wollte ich mal allgemein jetzt fragen, wie ihr das seht, was ihr meint, ob das auch eure Meinung trifft, dass ihr sagt, ja, so 10 Minuten wäre eine gute Länge oder 15 Minuten wäre eine gute Länge oder 20 Minuten wäre eine gute Länge. Oder vielleicht auch, dass ihr sagt, eigentlich ist es mir egal, ob die Folge jetzt 10, 20 oder 25 oder vielleicht sogar 30 Minuten lang ist. Habe ich ja auch schon gehabt teilweise. Das Wichtige wäre, dass die inhaltlich einigermaßen stimmig ist, also dass es um ein Thema geht. Beispielsweise jetzt Zaubertisch und die Erweiterung davon wäre jetzt Thema in der Folge und außerdem jetzt dieses Thema, was ich jetzt gerade anspreche. Und wenn wir das sozusagen zu Ende diskutiert haben, dann passt es auch mit der Folgenlänge. Wie seht ihr das? Das würde ich gerne sehen, wenn ihr das in die Kommentare schreiben könntet. Würde mich freuen, wenn ich eure Meinung dazu erfahre, weil nur so finde ich heraus, was ihr meint. Und ich will es ja gerne schon auch so machen, wie ihr das gerne hättet. Nur dafür müsste ich halt wissen, wie ihr das gerne hättet. Und es ist halt, finde ich, schon ein Problem, wenn einer das schreibt in den Kommentaren oder mich jemand alleine sozusagen darauf anspricht, sehe ich schon, dass das ein Thema ist, das die Leute beschäftigt. Ja, ist mir klar. Sonst hätte er er oder sie ja nicht gesprochen. Aber es ist halt auch so, dass ich mich dann frage, ja, ist das jetzt nur die eine Person, die das so sieht oder was denken denn eigentlich die anderen? Und wenn jetzt die anderen meinen, es ist ihnen egal oder sie hätten es lieber länger, dann würde ich das halt gerne auch wissen. Ja, wenn ich jetzt höre von der überwiegenden Mehrheit von euch, dass ihr sagt, ich will auf jeden Fall am allerliebsten zehn Minuten folgen, weil mehr kann ich mir täglich sowieso nicht angucken und dann wäre mir das am liebsten. Dann würde ich auch versuchen, das irgendwie hinzukriegen, dass ich das schaffe, beispielsweise dadurch, dass ich eben Sachen dann auch mal schneide und vorgespult zeige. Ein Beispiel davon hättet ihr zum Beispiel gehabt bei der Folge 12 am Ende, wo ich zum Schluss auch noch Sachen gemacht habe und dann aber schon eigentlich die Folge so vom Reden her beendet hatte und dann halt gesagt habe, okay, jetzt spule ich das dann einfach vor, wenn ich das zeige. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass ich reingehe, während ihr sozusagen gar nicht dabei seid und dann Sachen hier tue, wie beispielsweise das jetzt. Ich schlage meinetwegen irgendwelches Holz und baue auch was vielleicht sogar, was Kleines, wo ich vielleicht auch mit euch zusammen angefangen habe, das zu bauen oder ich sortiere Inventar. Solche Geschichten, ja. Das kann ich natürlich auch alles machen, wenn ihr nicht dabei seid. Andererseits ist das nicht das, was ich unter einem Let's Play verstehe. Also ich würde verstehen bei einem Let's Play, dass man doch das Allermeiste, was man macht, sieht und das würde für mich sowas eigentlich auch einschließen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ihr da Action, Action, Action erwartet bei einem Minecraft Let's Play in der Survival-Welt. Ich sehe das eigentlich so, dass man sagt, also solange auch was erzählt wird dazu oder so, ich weiß nicht, ob ich vielleicht nicht unterhaltsam genug bin, um das rüberzubringen, solange was dazu erzählt wird, passt das auch einigermaßen und dann muss es auch nicht immer sein, uah, ich fall gleich in die Lava oder so, sondern dann kann das vielleicht auch eben sein, ich kümmere mich heute mal um meine Kühe und Farme und bin halt meinetwegen auch mal über Land unterwegs, ohne dass da jetzt groß die Mega-Entdeckungen passieren. Deswegen hätte ich jetzt gerne eben, dass ihr da drauf kommentiert, dass ihr mir wirklich sagt, was ihr, die ihr das jetzt gerade guckt, gerne sehen wollen würdet, weil es mich ja interessiert, was ihr denkt. Also nur wenn ich weiß, was ihr denkt, kann ich es so machen, wie ihr es gerne hätte. Ich habe zwar eben, wie gesagt, auch eine eigene Meinung dazu, habe mir selber überlegt, wie ich das gerne machen würde, aber ich bin da durchaus natürlich kompromissbereit, weil im Endeffekt ist natürlich der Spaß dran, ein Let's Play zu machen, auch, dass ich sehe, dass das auch jemand guckt und wenn ich halt merke, es gucken immer weniger oder bei einer Folge, wo jetzt halt meinetwegen nur zehn Klicks sind nach einem Tag, da überlege ich mir halt, war vielleicht an der was falsch, beispielsweise die Länge. Also war die vielleicht einfach von vornherein schon zu lang und ich habe halt nicht viele Views bekommen sozusagen auf die Folge, weil die Leute sich das angucken und dann denken, hey Moment, das geht ja jetzt, boah, 32 Minuten, das ist ja ozlang, nee, so viel Zeit habe ich jetzt einfach nicht, gucke ich was von jemand anders oder so. Also das würde mich wirklich interessieren, was ihr dazu meint. Falls ihr euch wundert, dass ich nicht nachpflanze, obwohl ich doch sonst so sehr für Nachhaltigkeit bin, momentan hier in der Ecke direkt um meine Basis rum, hätte ich jetzt gerne es tatsächlich mal ein bisschen freier, weil ich tatsächlich den Eindruck habe, man sieht auch nicht so gut, wenn da irgendwie Viechzeug gerannt kommt. Also nicht nur Tiere, das wäre nicht so schlimm, sondern halt vor allem auch irgendwie Creeper und Skelette und so. Kann ich ja momentan teilweise kaum 30 Felder weit gucken, nicht einmal. Und deswegen würde ich da gerne jetzt auch ein bisschen mehr abtragen, hier in der Umgebung, in der direkten. Also nicht wundern, falls ihr denkt, Mann, die reißt ja jetzt den ganzen schönen Dschungel ab, das ist nicht mein Plan, ja. Ja, nur so als kleiner Hinweis. Ja, jetzt habe ich diese Sache hier angefangen und merke, die Zeit für die Folge sozusagen ist schon fast wieder um. Vor allem, wenn ich die Folge jetzt besonders kurz machen will und nachdem das ja heute jetzt auch mein Ziel war, um garantiert auch alle die zu erreichen, die eben sagen, ich gucke mir eine Folge eben nur dann an, wenn sie eine gewisse Kürze hat, denn in der Kürze liegt die Würze, würde ich gerne dann jetzt auch schon gleich wieder Schluss machen. Ähm, ha, okay. Hier stelle ich mal meinen Tisch auf. Äh, nee, war falsche Ecke. Ich wollte ihn eigentlich in der anderen haben. Hm, okay. Ähm, ja, bin gerade tatsächlich ein bisschen verpeilt beim Ende dieser Folge. Tut mir leid. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und dann sage ich mal bis morgen und macht's gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar oder einen Daumen hoch. Da würde mich sehr freuen. Und vielleicht abonniert ihr ja auch, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Also dann bis bald. Ciao.